Um Gefühle geht es auch in dem nächsten Text. Gefühle. In der letzten Zeit überkamen ihn diese Zustände immer häufiger. Zustände, die schwer zu beschreiben waren. Es war wie eine Krankheit. Ja, er ahnte das Schlimmste. Davor hatten ihn immer alle gewarnt. Alle. Das bedeutete seine Familie, allen voran seine Mutter, die ihm immer und immer wieder gesagt hatte, dass es eines Tages so weit kommen würde, so weit kommen musste, bei einem wie ihm, dass jemand wie er Gefühle entwickeln würde. Gefühle, die seine Situation, in der er sich jetzt befand und die er freigemäht hatte, infrage stellten. Angst überkam ihn. Etwas, was ihm bislang fremd gewesen war. Außerdem lagten ihn Zweifel. Ja, der Zweifel, das war überhaupt das Schlimmste. Dieser Zweifel, der an allem lagte, was ihm bislang Sicherheit gegeben hatte und ihm als Sinn seiner Existenz erschienen war. Aber dieser Zweifel kam nun immer häufiger und heftiger. Er stellte sich Fragen, die er sich bislang verboten hatte. So fragte er sich beispielsweise, ob seine Haltung, gebückt am Boden kriechend, orthopädisch überhaupt empfehlenswert war. Diese Frage hatte er sich in den letzten 25 Jahren, in denen er diese Haltung schließlich angenommen hatte, nie gestellt. 25 Jahre, die er in einer, wie er bis vor kurzem angenommen hatte, glückliche Ehe verbracht hatte. Einer Ehe mit Marie-Thérèse, die ihm nach fünfjährigem unermüdlichen Werben erlaubt hatte, sich dauerhaft zu ihren Füßen zu werfen, um fortan auf den Boden, der von ihr hundet wurde, herumkriechen zu dürfen. Ja, er war auserwählt worden, aus einer ganzen Reihe anderer Bewerber. Und es hatte ihm bislang nichts ausgemacht, dass eine Bedingung ihres Ehekontraktes gewesen war, dass er seinen Kopf nicht höher, als bis zu ihren Knien gehen durfte. Es hatte ihm auch nichts ausgemacht, dass er im Laufe der Zeit erst ganz zarte, schließlich sich immer deutlicher abzeichnende Waritzen an ihren Beinen wahrnahm. Schließlich bot sich ihm dadurch auch eine gewisse Abwechslung in seinem Alltag, den er selbst aber nie jemals als eintrücklich zu bezeichnen gewagt hätte. Auch hatten ihn der zunehmende Duft ihrer Füße, den andere als Schweißgeruch bezeichnet hätten, nicht weiter irritiert, geschweigend er gestört. Was war's also? Was war der Auslöser seines Zweifels und der anderen beunruhigenden Gefühle? Er ahnte es. Ja, wenn er ganz ehrlich war, wusste er es sogar. Der Zweifel hatte ihm je befallen, als die neue Kammerzofe ein junges Ding von höchstens 20 Jahren das Zimmer vor drei Tagen betreten hatte, in dem er sich seit seiner Heelsschließung aufhielt. Im Grunde hatte sie die Frage gestellt, die nun auch ihn seither beschäftigte. Sie hatte ihn gefragt, ob ihm seine Körperhaltung nicht etwa unbefehlend sei und ob er sich nicht vielleicht ein wenig oder gar völlig aufrichten wolle. Und nicht nur dies, sondern auch etwas anderes hatte sie getan. Diese Person hatte ihn mit seinem Namen angesprochen und sogar noch ein Herr vor dieser Anrede gesetzt. Herr Egon hatte sie zu ihm gesagt. Egon, ja, so hieß er wohl. Diesen Namen hatten ihm seine Eltern vor 52 Jahren gegeben. Ein schöner Name, den er aber schon seit Jahren, seit dem Moment seiner Verbindung mit Marie-Thérèse, nicht mehr verloren und deshalb beinahe vergessen hatte. Sie spürte die Veränderung deutlich. Nichts lief mehr dem Wohlen gegangen. Die Klarheit der alltäglichen Abläufe war gestört. Sie fühlte es ganz deutlich, dass Glück und die Zufriedenheiten ihrer Ehe waren bedroht. Ihr Mann, dem sie auf ihre Weise immer recht zugetragen gewesen war, verhielt sich plötzlich anders. Und sie verstand nicht, warum. Es beunruhete sie ernsthaft und sie erwog schon, zu den äußersten Mitteln zu greifen und mit ihm zu sprechen. Aber halt, sie wollte nicht drüber stupzen. Schließlich musste ein solcher Schritt gut überlegt sein. In den vergangenen 25 Jahren waren sie doch ausgezeichnet zurechtgekommen, ohne ein Wort miteinander zu wechseln. Denn sie wussten doch beide, was sich in ihrer Beziehung zu tun beziehnte und wo sein bzw. ihr Platz war. Keiner von ihnen hatte die Prinzipien ihrer Ehe jemals in Frage gestellt. Wozu auch? Und gerade deshalb spürte Marie-Thérèse jetzt diese Unruhe, die sich eingeschlichen hatte, umso deutlicher. Mit Schrecken dachte sie an ihre letzte Begegnung am gestrigen Tag. Sie hatte sein Zimmer betreten, als er feststellte, dass es sich um ihre Beine handelte, die er aus der gebückten Haltung wahrnahm, die seine Stellung als Gemahl ihm erlaubte, hatte er den Blick desinteressiert, ja, desinteressiert, anders war es nicht zu bescheiden, wieder zu Boden gesenkt. Wie hatte sie es lange Jahre genossen, als er versuchte, jedes Mal, wenn sie seinen Göttin und Gemahlin das Zimmer betrat, den Kopf aufzurichten und seinen Blick über die ihm gestattete Kniehöhe zu nehmen, der kleine Stellung. Wie sie das immer elektrisiert hatte, oft hatte sie sich ausgemalt, was es wohl wäre, wenn er seinen Blick höher und noch höher heben würde, ganz gegen jede Konvention. Ob es ihm wohl gefiele, was er dort sähe? Manchmal hatte sie sich sogar dabei ertragt, sich vorzustellen, mit ihm zu reden. Aber diese Vorstellung war natürlich ungeheuerlich, geradezu obszön. Auch so hatten sie eine in Marie-Thérèse-Wahrnehmung sehr glückliche Beziehung geführt, die darin geführte, dass der Mann, der jeden Sonntagabend gegen 18.15 Uhr, nachdem ihre Britschschwestern das Haus verlassen hatten, die sorgfältig eigens für diesen Zweck frisch magenta rund lackierten Zehen einzeln abschleckte. Bislang eine doch für beide Seiten sehr befriedigende Beziehung. Woher also diese plötzliche Unruhe? Woher also diese Beziehung